Das Thema Atmosphat für alle, warte ich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erstens war auch nichts los, zweitens hat man dafür auch irgendwie, wenn man älter wird, nichts mehr geändert. Ja, bei uns ist jetzt die letzte Schulwache, das heißt, ist es noch einmal Elternabend angesagt, dann ist es noch einmal Abschlussfeier und dann beginnen halt die Sommerferien, wo dann auf die weiterführende Schule vorbereitet wird, dass wir dann auch schon in der fünften Klasse starten können. Ja, bei uns sind die erste Schulwache. Bis zum nächsten Mal.